Hast du manchmal Schwierigkeiten einzuschlafen? Dann achte beim nächsten Mal auf deine Füße. Sind die Füße nämlich kalt, ist das nicht nur unangenehm, sie erschweren auch das Einschlafen. Daher solltest du deine Füße vor dem Schlafengehen aufwärmen, damit du im Bett direkt entspannen kannst. Mit diesen Tipps werden deine Füße wieder warm. 1. Socken anziehen Klar, das ist naheliegend. Achtet jedoch darauf, dass die Socken locker sitzen und die Blutzufuhr nicht beeinträchtigen. Sogenannte Bettschuhe sind ebenfalls sehr beliebt. 2. Bewegung Ein Abendspaziergang ist ideal, denn die Bewegung regt die Durchblutung an, was die Füße wärmt. 3. Abendroutine Integriert ein Fußbad in die Bettgehzeit. Das entspannt und wärmt die kalten Glieder auf. Es kann auch medizinische Ursachen haben, wenn man ständig kalte Füße oder Hände hat. Sprecht das Thema einfach beim nächsten Check bei eurem Hausarzt oder eurer Hausärztin an.